Das kann, das wird ein ganz größer werden. Ja, da hat er es aus der Distanz probiert und wie wir feststellen dürfen, mit vollem Erfolg. Was für ein Traumtor, da haben sie ihm schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats, das hat er hier gezeigt. Ja, sowas wollen wir hier sehen.